komm mit auf die dunkle seite wir haben jetzt das erste mal habe ich das sind so ein aufkleber mit mit diesen blauen dingen da von der sesamstraße gesehen das war hinten an an der an der was ist das heckscheibe also wo du hinten raus guckst auf jeden fall die scheibe und ich fand das so genial ich habe direkt foto von gemacht habe erstmal die halbe straße folge lacht die leute guckt mich schon an wie blöde dachten hat die irgendwie eine macke nein schon wieder das seufzende lagerhaus wie gesagt der schlüssel ist weg ja also wenn da bist du das ist schlecht halte ich mal im hintergrund ich habe eine opfergabe mitgebracht habe ich doch was flacken singen das ist freddie hätte ich aber auch sagen können wenn ich nach unten gucke stimmt der erste wird ja wie schade ich schätze mal die ersten zwei sogar es sei denn die eine hat sich jetzt bedeckt gehalten ich habe allerdings nur bindung 1 dabei aber dafür den zweitbonus also wenn du bei mir bleibst ja ich bleib ganz gris bei dir könnte ich ja theoretisch auch anstatt vom aufstehen machen mit dem anderen oder so schön der hat den perk drin ich liebe diesen perk aber er kommt zu uns in die richtung muss aufpassen ja der holt den schon runter ich weiß nicht ob du das auch geht aber zurück glaube ich hier keiner drin mann ich will immer die kisten durchsuchen aber das ist wertvolle zeit ja wohl während er mit den zwei andere dahinter beschäftigt ist können wir unsere drei chance machen er geht nicht straight auf uns zu aber kommt von hinten von der wand irgendwie jetzt geht er wieder zurück zu dem kannst du das auch sehen doch das ist dieser dieser eine perk den ich gern der wird mir auch unten rechts ich weiß gerade nicht wie der hals läuft die ganze zeit das nicht dem sein ernst der kämmt den oder das kann er doch jetzt wieder der kämmt den richtig ab dahinten das heißt schlecht lassen es meiner links am besten das heißt dass es schlecht wenn einer von uns hängt also warum links weil er da noch ist du läufst du nicht gerade in die arme ach der ist tot scheiße jetzt hat es sich teleportiert das ist irgendwo bei mir er ist wieder weg ich glaube er hat sich teleportiert er war geradeaus sehr nah bei mir ne er ist weglaufen siehst du mich hier irgendwo rumkrabbeln deswegen hier vorne ist ein chin ach da hat er gegengetreten eben also ich denke dass er es gerade eben gemacht hat weil er zu funken sprüht ich bin wahrscheinlich genau gegenüber liegen auf der seite ich bin am ausgang hinter dieser großen hütte die geht hier auf die von der hütte ach da ich habe schon ganz viel gemacht er ist schon er kommt in uns dann links hinter dir du hast doch borrow time dabei ja ja aber nur auf 1 ich gehe zurück an unserem chain ah der hat das neue ruin drin deswegen sind die die ganze zeit gekickt wobei das neue jetzt nicht also es ist halt nur wenn du aufstehst hast ein problem aber ansonsten ist das ja läppig ruin sobald wir aufstehen geht er zurück jagt er dich noch ja ok der jen braucht noch einen zentimeter oh fuck nicht mehr lange fürchte ich ich bin nämlich nicht mehr viel zum ausweichen ah ich sehe euch ich komme dann rüber sobald oder ja gut ich habe auch borrow time nice wir können auch lauf man ich hasse es wenn die haken ne also wenn das hakt und ich nicht mehr laufen kann das hat oh pass auf ich komme zu dir ja er hat wohl keinen bock mehr gehabt komm mit er ist hier noch irgendwo noch näher scheiße ja und ich bin voll rein ich habe gerade zurück geguckt komm her da ist er ja rechts hinter uns rechts hinter uns war auch eine blutwürze gehören uhuhu ich hab mal kett gemacht ja liegt aber hängt er jetzt an mir oh gott damit hatte ich jetzt wird gerechnet ich hab mal das nein scheiße ich bin so blöd hier ich bin ok wo bist du ähm neben dem haus und direkt neben mir ist hier einer ach da ja dann mach ihn aber dann äh drauf aufmerksam dass wir einen Schlüssel haben ja gut freddie kennt mich ah ich sehe es ist der noch immer bei dir ähm der andere holt mich ach da ist die luke ja dann komm direkt komm direkt zu mir er ist bei mir komm 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 yes ja mann es tut mir jetzt echt leid um den anderen aber ja mir auch ist der noch hinter uns her gelaufen ne der ist in die andere Richtung aber ich sehe den nicht er kommt rein er kommt rein geil geil ja wir sind genrush news oh armer verlierer den killer schreibe ich jetzt mal nicht der ist schon gestraft genug der andere schreibt gar nichts mehr der andere schreibt gar nichts mehr der hinter uns noch durch die luke aber was ich gar nicht weiß habe ich noch nie ausprobiert hätte der die jetzt zumachen können ich denke mal schon ja hätte er können aber hat er wohl nicht gemacht ja weil er ja so erfahren ist als killer deswegen hat er die luke auch nicht geschlossen ich schreibe nochmal gg's ja junge solltest du irgendwann mal vielleicht dieses video sehen es tut mir leid aber du hättest auch besser spielen oder wieder schlechter aber wir waren heute gut drauf also ja klar weil ich zehn runden einmal entkommt ja wir waren heute aber gut ja gut zehn runden war es noch ja wobei die eine runde ist ja direkt abgebrochen weil der killer keine lust mehr hatte war das nicht nachdem der dich aufgehangen hatte oder so hat es noch gesagt der ist hier vor mir und dann ist er raus oder so ja oder rausgeflogen wir wissen es ja nicht aber aber ich finde das immer so süß wenn die dann sagen noob survivors weißt du er hat einen gekillt es war ein 18er der streng genommen noch ein level schlechter ist als der killer selber weißt du mhm den rest denken wir uns jetzt einfach mal es ist He, he, he!